Das sind immer noch Gänsehautbilder. Thomas Straumpaar ist bei uns, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Ganz herzlich willkommen. Deutschland ist im kollektiven Siegestaumel. Nie gab es höhere Einschaltquoten als zum Finale im Fernsehen. Die Straßen waren leergefegt. Es herrscht ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl im Land. Sie waren ja auch während der Siegesfeier in Berlin. Wie empfinden Sie das? Genauso, wie Sie es beschrieben haben. Ich denke, das hat positive Effekte für die Ökonomie. Weil letztlich in der Wirtschaft ist vieles Psychologie. Wir wissen, dass seit 2006, in welchem Ausmaß, auch so ein Fussballtriumph dieses Zusammengehörigkeitsgefühl steigen kann. Wir sind ja Weltmeister geworden. Selbst wenn ich ein Ausländer bin, der jetzt in Deutschland lebt. Ich denke, so etwas wie Mesut Dösil ist eben auch für alle, die hier als Migrationshintergrund haben, ein Zeichen, dass man es schaffen kann, auch in Deutschland eine hochrespektable, angesehene Person zu werden. Spüren Sie das auch so im Zusammentreffen mit anderen Wirtschaftsköpfen, in der Kommunikation, diesen Elan, der jetzt da ist? Absolut. Ich denke, dass eben gerade, was in den letzten Wochen passiert ist, auch Belegschaften zusammengeschweißt hat. Weil über Fußball kann jeder, kann jede mitreden. Da gibt es keine Hierarchien, keine großen Unterschiede. Und von daher gesehen ist eben genau das ein Effekt, den man nutzen kann, um auch innerhalb der Firma wieder zusammenzurücken und diesen Teamgeist, den wir hier erfolgreich gesehen haben, auch in der Firma selber umzusetzen. Jetzt ist da unglaublich viel Geld im Spiel. So als Maßstab gerade hat Adidas mit dem englischen Verein Manchester United einen Vertrag unterschrieben, der eine Milliarde knapp schwer ist. Das direkt jetzt im Anschluss an die WM wurde das bekannt gegeben. Das sind ja immense Zahlen. Der Wert des Fußballs ist eigentlich unaussprechlich. Das ist halt eben eine der wenigen Sportarten, die weltweit von allen gleichermassen als wichtig wahrgenommen wird und ein Milliardenpublikum auch generiert. Und eine Milliarde auf eine Milliarde Menschen, die dann auch zugucken, heißt eben pro Mensch, der zuguckt, ist das ein Euro oder ein Dollar, der da umgesetzt wird. Und das ist natürlich ein vergleichsweise dann auch wieder kleiner Betrag. Und dieser Fussballmarkt ist ein Milliardengeschäft geworden. Und es wird grösser, je weiter auch diese Globalisierung trägt und in den hintersten Winkeln der Welt diese Bilder übertragen werden. Jetzt kann so eine Zusammenarbeit mit einem Sponsor oder so natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man zum Beispiel auf den falschen Sponsor setzt. Oder wenn im Fall der Nationalmannschaft, war das ja so kurz vor der WM, gab es diesen Autounfall in Südtirol im Zusammenhang mit der DFB-Mannschaft. Das kann ja auch nach hinten losgehen. Ist das ein Risiko? Absolut, das ist ein riesiges Risiko, dass eben dann, wenn sie so große Märkte mit so unglaublich prominenten Trägern bearbeiten, dann eben auch das Risikogrosse ist, dass wenn so eine Person dann scheitert, eine Dummheit macht, wie Großkreuz vielleicht vor der WM es gemacht hat, dann kann so ein Schuss auch hinten rausgehen. Oder wenn plötzlich ein Spieler verletzt ist wie Reuss, dann haben sie plötzlich das Geld falsch eingesetzt. Es fällt das auf die Marke zurück sozusagen. Vielen Dank. Vielen Dank.